Hallo, ich bin André Lovanov, ich bin Trompetlehrer bei TMP Musikschule. Ich unterrichte Anfänger und Erwachsene in verschiedenen Stilrichtungen. Ich bin selber Jazzmusiker, das ist meine Leidenschaft, aber ich habe auch Erfahrung im klassischen Bereich mit klassischer Musik. Ich habe fünf Jahre lang im Sinfonieorchester gearbeitet. Wenn jemand Interesse hat, bei mir Unterricht zu nehmen, könnt ihr die Probestunde bei der Musikschule vereinbaren und wir können loslegen. Danke!